Hm. Ich hab ihre Drohung satt. Hör zu, Columbo. Warum gehst du nicht einfach zurück in den Kanal, aus dem du rausgekrochen bist? Ist der aus dem Kanal rausgekommen, in den ich nicht rein kann? Das wäre natürlich möglich. Okay, tut mir leid, aber ich hab jetzt meine Zeit genug mit ihren Nerven verschwendet. Wir sehen uns da noch mal nur... Die eingesperrt werden will ich aber nicht, ey. Äh, ja, Sir. Tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Hahahaha. Cool. Was haben wir denn jetzt hier zu flüstern? Äh, was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Äh, äh, ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Ja, weil er immer noch mein bester Freund war. Ne? Was? Wir sind Brieftaschenfreunde. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Ich hab sie zufällig auf dem Wiki ihr gefunden. Äh, äh, wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Hm, äh, das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt hast. Naja, also, dann hätten sie einfach früher mit mir rumhängen sollen. Okay, äh, dann hab ich sie zufällig gefunden. Ich hab sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Mine ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Mary vor dir? Ja, du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, hab ich doch schon gesagt. Ich hab sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll hab von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich hab nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Ähm... Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins. Als ich den Brief gelesen hab, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund und ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. Ich, naja, so nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Alter. Der Brief hängt am Kühlschrank. Ja. Du mich auch. Echt. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier. Gebratener Matt. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Ja, kannst du ihm denn mal hinten in die Hosentasche krabbeln? Hey! Was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Ist ja gut. Und das ist nett. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Oh, schau mal. Der Mörder. Ich schwöre, bei Tom Sallics beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Na wunderbar, ey. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich hier nicht mit ihm aufgetaucht wäre? Jetzt sind wir hier und jetzt sind wir gleich der Mörder. Ist mal jemand auf den Gedanken gekommen, dass der Junge sich selber den Kopf in den Ofen gesteckt hat? Äh, was? Was hat Inspektor Clou so eigentlich? Hat Matt gelitten, bevor er starb? Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Äh, sorry, dass ich euch unterbrochen habe. Macht nur weiter mit euren Intrigen. Was hat Inspektor Clou so eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Ach so, jetzt verstehe ich das. Die Meiner hat sich selber umgebracht, weil er so unglücklich vielleicht darüber war, dass Randall ihm Sally ausspannen wollte. Sollte, sollte angeblich, was wir ja gar nicht wissen, aber okay, naja, oh Gott. Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatic 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen. Wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es ein Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Pekingente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wäre es mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch chinesisch genug. Ich bestelle sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Und nein, ich werde mir nicht die Textur meines Freundes anschauen. Gut durchgebraten. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Alter, seid ihr durch. Äh, okay. Ähm, nein. Jetzt will ich erst mal den Brief angucken. Wer auch immer das hier liest. Ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und ein Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Okay. Aber er spricht nicht davon, dass er von Sally redet. Er spricht nur davon, dass ihm das Wichtigste genommen wurde. Und meiner Meinung nach könnte das ja auch der Ring sein und nicht Sally. Und er spricht auch nicht davon, dass Randall das war. Obwohl das natürlich darauf hindeutet. Na gut, na gut. Können wir den mitnehmen? Wer auch immer das hier liest. Nein, nein, nein. Gut, wir können das nicht mitnehmen. Magnete. Ich will diese Magnete. Dann nehmen sie dir doch mit. Hey, was wird das, wenn es fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Ist ja gut. Aber es sind nur Magnete. Hier liegen da noch Streichhölzer. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Ja, kannst du die mitnehmen? Hey, was wird das, wenn es fertig ist? Ja, ist ja gut. Also der Typ muss hier raus. Der Typ muss hier raus. Kühlschrank. Der Kühlschrank ist besser als meiner. Was so ziemlich für jeden Kühlschrank gilt. Kannst du den wenigstens aufmachen? Hey, was wird das? Gut, wir können auch nicht mal den Kühlschrank aufmachen. Das ist ja nicht so viel. Aber wir könnten noch mit Ted reden. Der hat noch kein einziges Tatortfoto gemacht. Ah. Okay. Ich glaube, die haben nichts Vernünftiges beizusteuern. Na toll. Kaffeebecher. Mitnehmen. Das ist Mads Kaffeetasse. Hm. Da ist noch Alp drin. Starker Alp. Mitnehmen? Hey. Ach. Der lässt mich... Wasserhahn. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hab grad keinen Durst. Hey. Hm. Der lässt mich ja gar nichts angrabbeln. Hier der Typ. Geschirrschrank. Nur ein Regal. Kein Geheimnis dabei. Hey. Ja, okay. Die müssen hier raus. Man kann die Gasse von hier aus sehen. Hey. Oh, ich dachte, man nimmt mal das Fenster öffnen. Was für ein Arsch. Arsch, Sergeant Kramer. Eine alte Mikrowelle. Hey. Ja, ist gut. Kann ich mit dir nochmal reden? Er verachtet mich. Das sehe ich ihm an. Ja, ja. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter ausgesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr mit ihm, guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Zieh es ein. Du bist ein stumpfsinniger Nerd. Der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Ha, ha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fahlen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, bewegt deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray, bring diesen Verlierer nach Hause. Ah, ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss... Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber... Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Super, jetzt hat der Michael einfach nach Hause gefahren. Und einmal im Ferienlager, da habe ich mir eine Flöte. Hm. Also die gucken hier eindeutig zu viele Filme. Aber alle, ne? Super. Und wo ist jetzt Sally hin? Ach Gott, ey, spitze ja. Jetzt hat er mich heimgefahren. Ich wollte doch da noch ein bisschen rumgrabbeln. Kann ich denn jetzt in meine Bude überhaupt zurück? Jo. Jetzt kann ich zurück. Okay. Aufzug. Keine Ahnung warum, aber der Fahrstuhl scheint mir nicht ganz sicher. Okay. Ich wollte eigentlich doch auch noch meine Miete bezahlen. Wie sieht es denn damit aus? Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Ja, das macht ja nichts. Können wir da rein? Ich gehe Leuten nicht gerne auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Oder wohnt er da gar nicht, der Malkoni? Da geht es zum Dach? Lieber nicht. Warum nicht? Straße, Aufzug, geht nicht. Okay, gehen wir mal in die Bude. So, dann sind wir wieder zu Hause. Das war ja ein Schreck. Der beste Kumpel ist tot und steckt meinen Kopf im Herd. Im Elektroherd. Wunderbar. Ja, Pizzaschachteln ist klar. Was soll ich denn jetzt genau machen? Mortimer, Badezimmer. Hm. Ja. Was habe ich im Inventar alles drin? Oh Gott, Feuerlöscher. Der Feuerlöscher. Hm. Ja. Haufen Zeug. Womit ich aber immer noch gar nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen soll. Na gut, ihr Lieben. Dann mache ich jetzt erst mal Schluss mit der Aufnahme. Und wir gucken, wie es beim nächsten Mal hier weitergeht. Äh. Vor allen Dingen frage ich mich jetzt, wo Sally ist. Mit der würde ich ja ganz gerne jetzt nochmal sprechen. Na gut, ihr Lieben. Also, bis dahin. Eure Trin. Absp Arena. Und jetzt. Bis gleich. Beside. 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 Beside.